Stellt euch vor, ihr seid Fan einer Mannschaft, von so einer typischen Fahrstuhlmannschaft, die ein, zwei Jahre in der ersten Liga spielt, absteigt, aufsteigt, ein, zwei Jahre wieder in der ersten Liga spielt, wieder absteigt und es dann aber endlich schafft, von dieser Fahrstuhlmannschaft, wie sie einst mal war, sich endlich fest im Mittelfeld der ersten Liga zu etablieren, nur um dann in einem einzigen Sommer einfach mal alles komplett kaputt zu machen. Und damit hallo und herzlich willkommen, jetzt könnte man sagen, bei Hellas, Verone, aber natürlich auf dem Veloche Studio Kanal. Ich kam auf das Thema, weil heute Hellas, Verona gegen Juventus Turin um 18.30 Uhr spielt. Übrigens nur als kleine Anmerkung, deswegen wird der Stream heute erst um 20.30 Uhr starten, Veloche live auf Twitch. Auf jeden Fall wollen wir aber heute über Hellas, Verona reden, denn wenn man in die nähere Vergangenheit bei Hellas schaut, dann sieht es eigentlich alles sehr, sehr positiv aus. Wir gucken mal so auf die letzten Jahre nach dem Aufstieg aus der Serie B in die Serie A, haben sie es geschafft, in den letzten drei Jahren Neunter, Zehnter, Neunter zu werden. Hier muss man ganz klar sagen, dass das für ein Team wie Hellas, Verona richtig, richtig gut ist. Ich meine, du bist aufgestiegen, du hast wenig mit dem Abstiegskampf, eigentlich seit dem letzten Aufstieg nichts mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Du hast immer wieder schöne neue Spieler entwickeln können, beispielsweise Kasale, Zagjandi, Udoji spielte ja ursprünglich auch mal bei Hellas, der jetzt aber bei Udi natürlich den großen Durchbruch hat. Simeone, Capdario, wie sie alle hier heißen. Du hast auf jeden Fall viele, viele geile Spieler entwickelt. Du hast guten Fußball gespielt. Hellas, Verona ist eh allgemein so ein Team, wo man ganz klar sagen muss, sie spielen durchaus sehr, sehr guten Fußball. Gerade auch in der letzten Saison, fand ich, unter Igor Tudor haben sie mit ihrem besten Fußball gespielt. Und du hast dich einfach extrem etabliert. Man muss ja auch mal, wenn man die letzten Sons sich so ein bisschen anguckt, sogar sagen, dass Hellas, Verona sogar ein Team ist, gerade in der letzten Saison, wo es lange Zeit sogar danach aussah, als hätte man reale Chancen, auch nach Europa zu kommen. Also es ist wirklich ein Team, das sich nicht nur einfach komplett im Mittelfeld etabliert hat, sondern immer mal wieder so ein bisschen geschaut hat, schaffen wir es nach Europa oder nicht. Eigentlich so ein bisschen da, wo man Fiorentina erwartet. Da war Hellas, Verona die letzten Jahre, kann man so ein bisschen sagen. Und dann hatte man die letzte Saison. Man hatte wirklich eine geile Saison. Du hast ein unglaublich starkes Offensiv-Trio. Defensiv war das ziemlich anfällig hier und da. Aber insgesamt hattest du einfach eine richtig geile Basis, um eigentlich darauf weiterhin aufzubauen. Wie ich auch eben schon sagte, die letzten drei Jahre liefen perfekt. Für einen Aufsteiger gibt es ja nichts Besseres, als direkt drei Jahre hintereinander zweimal Neunter und einmal Zehnter zu werden. Also du bist im Mittelfeld angekommen. Dann hatten wir diesen Transfersommer. Diesen Transfersommer, das erste, was passiert ist, Igor Tudor ging. Wie gut er als Trainer ist, sieht man ja momentan auch bei Marseille, wo er wirklich ankommt und direkt einfach durchstartet. Tudor ist ein unglaublich guter Trainer, muss man sagen. Macht eine richtig gute Arbeit. Aber auch das ist natürlich logisch. Immer wenn du erfolgreich bist, dann wollen andere Vereine, größere Vereine natürlich dir die Spieler als auch Trainer abwärmen. Tudor hatte insgesamt 36 Spiele in der letzten Saison. Er war nur ein Jahr dort. Hatte insgesamt 1,47 Punkte pro Spiel geholt. 65 Tore, 59 Gegentore. Da merkt man auch schon, offensive Power, defensiv ganz schön anfällig. Aber man hat wirklich guten Fußball gespielt. Es war sehr ansehnlich und man war damit ja auch wie seine Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich. Dann haben wir aber auf Sachen Transfers bzw. auf dem Transfermarkt eine Sache, die habe ich im Sommer schon nicht verstanden. Ich glaube, jeder, der sich das mal anguckt, wird es nicht verstehen. Und zwar hattest du in der Saison 2021-2022 da vorne drei Spieler, die sage und streibe 57 Scorer gemacht haben. Ihr habt es eben gehört, in der Serie A haben sie 65 Tore gemacht. 57 Scorer kamen von drei Spielern. Caprari, Simeone, Barak. Ist es verständlich, dass jetzt größere Vereine Interesse an diesen Spielern haben? Keine Frage. Ist es aber so schlau, diese drei Spieler abzugeben? Alle in einem Transfersommer, vor allen Dingen auch teilweise zur, ich will jetzt nicht unbedingt sagen direkten Konkurrenz, aber teilweise zu aufsteigern wie nach Monza. Ist das wirklich sinnvoll? Natürlich nicht. Hast du dann ein Riesenloch vorne? Natürlich ja. War es klar, dass das Loch zu stopfen extrem schwer wird? Ja. Hat man es gestopft? Nein. Denn wir gucken auf die aktuelle Saison von Hellas Verona. Da sind sie momentan gerade mal mit fünf Punkten, letzter in der Serie A. Sie haben nur elf Tore geschossen. Hinten bleiben sie trotzdem nicht dicht, haben 26 Gegentore bekommen, haben eine Tordifferenz von minus 15. Man ist momentan klar letzter, man ist fünf Punkte weit weg von Spezia auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das heißt, man hat einfach mal, ja, sich selber selbstständig, man ist selber schuld, wie es auf dem Funnel auch schon drauf ist, sich in diese Situation gebracht. Denn wir gucken mal, hast du wenigstens extrem viel Transfergewinn gemacht oder hast du extrem viel Cash eingenommen? Schauen wir mal drauf. Und zwar gegen Caprari, der hat zwölf Tore und sieben Vorlagen in der letzten Saison gemacht, für drei Millionen Laie plus Kaufpflicht zu Monza, plus sieben Millionen Kaufpflicht, wie gesagt, und zwei Millionen Bonus. Barak, der elf Tore und vier Vorlagen hatte, ging für 1,5 Millionen Laie plus 10,5 Millionen Kaufpflicht zu Fiorentina. Und Simeone, der 17 Tore und sechs Vorlagen gemacht hat, ging für 3,5 Millionen Laie plus zwölf Millionen Kaufpflicht zu Napoli. Du hast also alle drei Spieler abgegeben und gerade, wenn man so sieht, Simeone letztes Jahr, hat der einfach mal 17 Tore und sechs Vorlagen gemacht und du kriegst in der Gesamtsumme gerade mal 15,5 Millionen. Das ist doch nicht viel, wie so ein Spieler in der heutigen Zeit. Du hast allgemein, wie ich finde, für jeden deiner Spieler, die so viele Scorer beigetragen haben, relativ wenig Geld gekriegt. Klar, Caprari vielleicht, weil der hatte so seine erste Durchbruch zusammen. Da finde ich die 10 Millionen noch halbwegs okay, plus zwei Bonus kriegst vielleicht zwölf Millionen, das finde ich noch okay. Aber Barak und Simeone hat man meiner Meinung nach ganz klar unter Wert verkauft. Vor allen Dingen hast du ja auch alle nur verliehen und kriegst das Geld erst im nächsten Jahr. Vielleicht dann in der Serie B, dann kannst du es zwar gebrauchen, aber du kriegst sie auch erst ein Jahr später. Und was das Schlimmste ist, du hast sogar in diesem Sommer einen Transfer Minus gemacht. Du gibst deine drei besten Spieler ab, plus in der Defensive noch Casale, den du abgegeben hast, einer ihrer Stamm-Innen-Verteile vom letzten Jahr, der auch wichtig war, gibst du ab und du hast trotzdem einen Transfer Minus. Warum? Weil du selber musstest noch Simeone und Caprari die Kaufflichten selber noch bezahlen. Das heißt, du hast sogar mit den Spielern, die du abgegeben hast in den beiden Fällen, sogar noch in der heutigen Transferphase, also im letzten Sommer, einen Minus gemacht, weil du ja die Endsumme erst am Ende kriegst. Das ist eigentlich vom Management, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Lion plus Kaufflichten sind in Italien üblich. Die finde ich auch grundsätzlich gar nicht schlecht, weil du Leistensspieler bezahlst ihm ein bisschen später. Das ist schon mal ganz gut, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen, aber es macht ja keinen Sinn, gerade aus Hellers Sicht, dann, wenn du die Spieler zahlst, dann erst die Kohle wieder im nächsten Jahr zu kriegen. Damit verschiebst du viel zu viel. Und das ist wieder ein Negativbeispiel, wo Laie mit Kaufflicht eben auch mal negativ draufschlägt, denn Hellers Verona trifft das extrem. Natürlich haben sie versucht, das Ganze abzufangen. Man hat zum Beispiel den Henry geholt von Venezia, der letzte Saison ein paar Tore sie gemacht hat in der Serie A. Aber du kannst es überhaupt nicht abfangen. Witzigerweise ist momentan der beste Scorer bei Hellers Verona ein Linksverteidiger, nämlich der Neuzugang Poik, Linksverteidiger Schotte, 20 Jahre jung, zwei Tore, zwei Vorlagen. Hat insgesamt vier Scorer in vier Partien, was natürlich super ist, aber das fängt natürlich nichts auf, was die drei hinterlassen haben. Und man muss einfach ganz klar sagen, in dem Fall, so wie man da alles vorne abgegeben hat, die Summen, die man am Ende erst später fix kriegen wird, plus dass du sogar ein Transferminus von momentan 10,9 Millionen in diesem Sommer gehabt hast, haben dich halt extrem in eine sehr, sehr schwierige Lage gebracht. Wobei, das ist falsch formuliert, ihr selber, in dem Fall das Management von Hellers Verona, haben sich selber in eine sehr schwierige Lage gebracht. Oder, um es noch drastischer auszudrücken, und das ist nun mal die Realität, man selber hat sich zum Abstiegskandidaten Nummer 1 in der Serie A gemacht. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall zu Hellers Verona. Gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Video interessant fandet. Ich bin darauf gekommen, einfach wegen dem Spiel Juve Hellers, weil man eben heute aufeinandertrifft. Hab da einfach nochmal auch drauf geguckt, und man weiß ja, wie schlecht es momentan ist, wenn man die Serie A verfolgt, wie schlecht es bei Hellers läuft. Gerne in die Kommentare, ob ihr das Video interessant fandet. Wenn ihr Bock habt auf den Stream NBA 2K23, 20, 30, Verlosche live weiß ich auf Twitch, das reicht jetzt auch mit Werbung. Euer Verlosche meldet sich ab und bye, bye. Ja, wieder.